Ich hab's noch nicht ganz angehört. Ist nur so ein Beat. Der bringt schon so ein bisschen Groove rein, aber den könnte ich mir nicht zu jeder Situation anhören. Ich hab den so beschlafen angehört. Okay. Bruder, ich geb mir immer so Messerstecher rein zum Einschlaf. Ich schaue da manchmal so 2-3 Stunden Gordon-Ramsey-Videos an. Der kommt in den Restaurant rein. Du bist Schmutz! Einmal hat er übelst den Kellner fertig gemacht. Der hat zudem gesagt, geh raus, nimm frisch die Luft. Weil er gestunken hat oder was? Nein, weil er absolut nie wusste. Weil er gesagt hat, das Essen ist gut oder sowas. Irgendwas, keine Ahnung. Hat er gesagt, du bist nicht bei Sinn, geh raus. Servus, Alex. Jo, Alex, willkommen. Alter, Anni, freut mich, Diggi. Freut mich, dass du das echte verbunden hast, man. Jo, stabil. Bleib dran, Bruder. Wie läuft der Split bis jetzt? Bei mir ist das erste Game, Diggi. Ich hab zwei verloren. Mein erstes Game war schon im Chat verloren. Stabiler Kumbatiker. Mein erstes Game war schon im Chat. Wo ist dein Hawk, Diggi? Diggi. Der kommt erst zwei Tage später und dann kommt er ohne Hawk. Will der mich ficken? Ich denke, das war mein Herc letztes Game. Oh mein Gott. Oh mein, okay. So. Also ja, also ich weiß nicht, ich krieg komische Leute. Der Typ, der weiß gerade gar nicht, was er macht. Der Typ weiß gerade echt nicht, was er macht. Ja, komm. Bro, just, just get in the tower. Don't let me see your ass. Retreat, 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 retreat. Retreat, retreat, retreat. Der stimmt auch noch. Ahh, Mann, nein, nein, nein. Unfortunately, noch nie. die die Pushed a lane. Alter, die ersten 5 Games gewinnt es ungefähr. Jackpot, Alter. Ja, man. Forward, right. Oh, shit. I'll punch him now. Oh, shit. Ich glaub's nicht. Was? Der ist um ein Haar entkommen gerade. Eine Millisekunde. Alex, Alter. Wenn du die ersten 5 Games verlierst, ist eh sowieso Arschkarte. Kann ich gleich einen neuen Account machen und den auf Level 30 bringen. Mir geht's gut, Alex. Dankeschön. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wer will pauseln? Ich, ich. Achso. Wieso kannst du bald nicht einfach Pause machen, Digga? Ja, mein Gott. In Camping ist halt auch also Zeug. Ich geh gucken. Jo. Ach, Digga. Der wurde outplayed gerade, Alter. Der wurde gerade outplayed. Er leckt mich. Arbeit. Ähm, ich hatte heute Frühschicht. Bis 15 Uhr. Dann hab ich gepennt. Also, ich hab ein Nickerchen gemacht. Bis, äh, 19 Uhr. Nickerchen. Ein Powernap. Äh, ja. Sonst auch alles Gute gearbeitet. Ich hab morgen auch Spätschicht. Also, kann heute auf jeden Fall ein bisschen länger, zum Glück. Äh, hey, mach ich muss. Es geht uns. Jo, Tomo, danke für deinen Host, Bruder. Auf dein Stream. War gut. Digga, wie ich den Tier gerade outplayed hab, Alter. Echt? Alter. Der wollte, äh, ich war fast tot. Der wollte mit, mit seiner Eins. Wollte der mich in den Tower noch töten. Dann hab ich einfach mit meinen, mit meinen Ochsen, den hab ich in den Tower reingehauen. Nice. Echt, Toto. Hm. Hm. Nicht viel, Brudi. Ranked halt. Bei dir so. Okay, was macht denn der Kumba dort, Digga? The fuck? Ich weiß, wo der ist. Der proxied, oder was? Anscheinend. Digga, what the fuck? Digga, jeden zweiten Tag Döner-Teller. Also, an sich, wenn du Low Carb machst, ist es okay. Hehehe. 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 Dann ess doch mal was anderes, statt Döner-Teller-Ton. Nimm die Köfte. Köfte im Spieß. Wieso soll ich dich dazu motivieren, Bruder? Ich esse doch den größten Haufen Müll. Ich war mal, dreimal die Woche im McDonalds gefühlt so. Oh, mein Cupid, Digga. Oh, mein Cupid, Digga. Was ist los? Ja. Du hast gerade Mercury gefühlt durch den ganzen Jungle gechased. Hehehe. Nur um direkt zu sterben. Hehehe. Ich liebe mal den Tellerstatter, Digga. Hehehe. 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 Digga, ich hatte so Glück. Ich hatte noch bei Nilgis. Kohlen, die ich einmal für den ihre Shisha vor so ein, zwei Jahren geholt habe. Oh. Richtig chillig. Sieht die auch gut. Ja, die ist richtig gut. Okay, nice. 2.000 Gold. Ich will noch nicht blacken. Digga! What? Was ist los? Achso, Mercury. Ah, der ist gut. Der hat richtig eine stabile Ulti gemacht. Mein Gott. Ultimate ist... ... ... ... ... ... Nein, mein Blue-Buff. Hm. Wieso? Mach mal Totem, Digga. Digga, ja. Mach jetzt doch. Jetzt brauche ich es ja. Hehehe. Ey, wieso ist deine Schule am Abkacken? Wegen Essen oder sowas, oder wie? Okay. Oh, jetzt schönes Paulana Spezi. die sind richtig geil der glasflasche oder eine dose dosen sind ja am besten ja ganz ehrlich irgendwie schmecken mir auch so kalte getränke in glasflaschen gläser aber so flaschen also ich will auch so eine spezie oder so eine cola schmeckt in der flasche in dosen so diese packung schmecken gar nicht also ja sobald sobald so plastik verpackung da ich hab den getroffen ja paulana steht sie habe ich hier am start ist so altos geht kalte getränke aus flaschen und dosen ich bin verwirrt ich habe alle mich jubelte gar Ah. 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 Als Maul. Nein. Ja, Digga. Stilles Wasser vom Aldi. Oh. Also, ich finde das vom Lidl nice. Ich mag stilles Wasser allgemein. Ja, das ist, weil du so viele süße Sachen trinkst. Ja, das kann sein. Wenn du mal eine Zeit lang drauf verzichtest, dann schmeckst du auch richtig Unterschied. Leute, die sagen, Wasser schmeckt immer gleich, das ist Bullshit. Ja, das ist sowieso Bullshit. Das stimmt ja sowieso schonmal nicht. Aber ich könnte zum Beispiel nie Wasser trinken, wenn ich irgendwas zum Mittagessen oder so. Könnte ich nicht dazu noch Wasser trinken. Also, bei mir muss Chai sein und wenn es keinen Chai gibt irgendein Softdrink. Ja, es muss Softdrink sein. Aber Chai immer, Digga. Das stimmt nicht. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Das stimmt. Das ist ein Verkauf. Das ist ein Verkauf. Das ist ein Verkauf. Genau Sasuke hat die Quelle gehabt, mein Digga, mein Digga, du hast bei mir gelebt die letzten Jahre. Meine Beats sind noch nicht ready, aber wenn ich meine Combo schaffe, soll ich das gut sein. Diese Solo-Land, Digga, so interessant. Ja. Der wollte mich nicht backen lassen, Digga, das ist die Strafe dafür droht, Alter. Digga, die kommen safe zu dir. Ja, Mann, One-Hit, Alter. Der war One-Hit. Yo, Juli, willkommen. Hallo, Juli. Hallo, Juli. Ja, aber Crusher passt nicht in mein Bild rein jetzt. Ja, ein Hit hat gefehlt, Atox. Fick dich. Komm schon, Hardwuse. Kuckuck, kein Ulti. Okay. Ah, Jule, die ersten zwei verloren. Das zweite war okay, war ein gutes Game. Das erste war unnötig. Durch jetzt das Trille. Ah, Koomba. Hör auf zu baiten. Kommt deine Tolls hier oder? Ich bin auf dem Weg. Ah, wir können die Gap kennen. Ja, ich komm. Da ist noch ein Tor. Ich bin auf dem Weg. 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 Ja, ja, der war ein One-Hit. Hast mich gesehen, Atox. Doch, doch. Aber ich hol mir erstmal Lifestyle, dass ich besser boxen kann. Ich bin auf dem Weg. 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 Oh Gott, der weg weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich gammel mal hier. Nicht, dass sie es machen. Neue Meta Tank mit Beats. Ja, ist halt echt so, Alter. Vor allem hat der noch Doom Orb, Digga. Ja, 2 Mob. Ja, 2 Mob. Ja, 2 Mob. Ja, 2 Mob. Jo, es geht nach. Ahem. Das war noch schon. Danke schön, Bro. Oh, Tor. Nice. What the hell. Äh, mach Gold. Komm, 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 komm. Ja, ja, ich halb mich ganz kurz hier. Richtig schön. Der Tier ist eh links, Alter. Der Tier ist gut. Das ist gut. Oh mein Gott, die haben hier ausgelöscht. Ja, ich habe alles bekommen, Alter. Ich habe alles bekommen, Alter. Oh! Wieso? Was ist ein Daily-Angebot, Deadman? Aber das ist immer für jeden speziell zugeschnitten. Hamm. Was mein Essen steht in die Tür? Nein! Jo, muss kurz weg. Äh, Cupid ist rechter, oder? Jaja, ich pushe links durch. Ich defende rechts. Hab teleport. Ja. Okay, mir gefällt das nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht. Okay. Aber Cupid kommt in die Mitte. Ich bin nicht. 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 Okay. Der ist tot. Ich bin tot wahrscheinlich. Folg nicht dem Kumba, Digga. Ah, die verteidigen gut, ey. Ja, Mann. Ich komme leider auch nicht ran, an die. Lass nichts mehr einfach warten, bis links Minions durchgehen, dass einer verteidigen muss. Ja, Mann. Ah, hinter euch. Uff, uff. Uff, klar, oder? Boah, danke schön. Uff. Uff. der ist geflogen nice nice wir können eigentlich titan gehen vielleicht schön digga, richtig schöne turn du warst in dem moment, ich dachte, ich war eigentlich tot da beim Fallschirm warst du eigentlich safe tot ja, gut hold gg gg julia, das kannst du speichern hey, Dodo, es geht Dodo hat wieder heftigen Tag auf Arbeit echt hat er schon was erzählt oder kommt der erst? da ist einer der gönnt er hat schon erzählt wurde oh je alter kannst queue ah nicht schlimm, Juli, dann mach ich das nachher erinnere mich ein paar nochmal dran fickt euch fickt euch fickt euch von Herzen, fickt euch fickt euch diese Worte sind für uns von großer Bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als Firma anders sehen als andere auf ja ja ich ich das ich blab l l d